Hallo DiFox und Willkommen zurück zu Teilen. So, dann haben wir gerade mal zuerst einmal auszunehmen. Ich kann nicht auch mal sprechen, ob er sein Schaf bekommen hat. Danke, Harko. Der Piraten-Captain hat mein Schaf zurückgebracht und sich entschuldigt. Sehr geschehen, Goh. Goliath tut alles, als wäre er ein echt harter Kell, aber Tiefe mindern ist er gar nicht. Aimon, kennst du dich mit Blumen aus? Blumen? Ja, ja, Blumen. Die Mädchen mögen. Ich mag keine Blumen. Oh, äh, wow. Ich bin sicher, dass Arko dir helfen kann. Er hat einen sehr schönen Garten auf seinem Planeten. Könntest du mir ein paar gelbe Blumen bringen? Es ist ihre Lieblingsfarbe. Klar, ich hole welche. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher, dass alle vier gelben Blumen kommen kommen. Amen. Amen. Vielen Dank für die Wolle. Jetzt kann ich den Mantel fertig machen. Aber ist denn etwas zu klein geworden? Er ist nichts für mich. Er ist für die Zukunft. Ich habe das Gefühl, ich bin ein liebenderes Name, es war mir schwer. Ich bin so wichtig, diese sind. Ich habe es nicht so wichtig, dass ich so wichtig, dass ich es kümlich gemacht habe. Amen. Amen. Was war denn das für ne Mann? Und ein Pilz. Ja, ich habe sie oben. Ich rufe noch Fleisch. Ich werde das nicht mehr. Ich rufe noch nicht mehr. Ich rufe noch nicht mehr. Amen. Und was? Dann holen wir uns auch noch, dann gibt's noch Fleisch. Rübel hat auch noch ein Häschen. Ich will noch etwas zum Auftrag. Nach Thailand. Zurück. Oh, jetzt ist die Häschen bei. Zurück. 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 Das war's für heute. Amen. 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 Hey, Yuki. Hey, Yuki. Sonst ist dieser Piratenchef nicht ein bisschen gefährlich. Liebe, Yuki. Was macht ihr da, da, einer Schurke? Nichts, der Golia. Weißt du, zufällig etwas über einen Schokoladenkuh, der aus meiner Speisekammer verschwunden ist? Ja. Kleine Diebin. Vorvorgesprungen. Pol dyeOLE Ichphaiała, Marinha. Du kannst mich gut plündern. Willst du für mich arbeiten? Ja. Nun, das ist nicht das erste Mal, dass ich Herzenkinder adoptiere. Du holst mir dabei einige Anstrengungen. Ja, jetzt plafen wir doch schnell rum. Trink ich mir noch schnell? Gut. Wolltest du nicht Goliaths Besatzung beitreten? Ja, aber erst warte ich. Piraten nutzen Katzenkinder aus und mussten Tag und Nacht Sex struppen. Sie gaben mir nicht mal Süssigkeiten, nur Katzenfutter. So eine Gedankenlosigkeit. Aber ich bin gefroren, ich habe keine kleine Bezahlung verlangt. Diese Schatzkiste, sie sieht wertvoll aus, aber ich konnte sie nicht erfüllen. Ich behalte sie als Dank für deine Hilfe mit den Piraten. Miau! Hier wird noch etwas... Oh nein! Man weiß ja nie! ... ... Untertitelung. BR 2018 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 Du hast ein neues Rezept quasi. Finally! Okay Let's crawl some ... ... ... ... ... ... Amen. Wer ist denn? Wer ist denn? Wer ist denn? Blablabla Heligenz Blablabla 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 Okay. 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 Hey, Boom. Ich habe gesehen, wie du esst. Esst keine Essensucht am Liebsten. Ich habe ein paar schlecht gewordene Kappenscher aus der Speisekarte des Quido gegessen. Was hast du davon, wenn du Essen hier und da mitnimmst? Ah, mein Bauch tut mir zu weh. Kannst du mir ein Gegenmittel holen? Keine Sorge, Jukid. Gegenmittel. Nimm das Gegenmittel, dann geht es dir besser. Gluck, gluck, gluck. Vielen Dank, ich fühle mich schon viel besser. Nimm die Süßigkeit, ich will jetzt nichts Süßes mehr essen. Du hast den letzten Auftrag gemacht. das war nicht so viel besser. Geben, bis jetzt in die Süßigkeit rummelen. Wo ist alles? Du hast den ganzen Tag wieder genommen. Du hast das hatte. Nimm das eine solle Prozess. Du hast den ganzen Tag geben. Mille. Ich muss noch den Fraß kochen für den Piraten. Hier sind die geile Blumen. Amen. 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 Amen.